Auch die Senioren der Region sollen sich nicht vergessen fühlen und die Gelegenheit bekommen, sich gemeinsam auf die Weihnachtszeit einzustimmen. Deswegen fand unter anderem am Mittwoch, dem 12.12. im Begegnungszentrum des Seniorenwohnkarrees in Nienburg eine Seniorenweihnachtsfeier statt. Die Eröffnung erfolgte durch den Bürgermeister der Stadt, Markus Bauer. Für die Unterhaltung sorgten etwa 25 Kinder aus dem Ort der Grundschule Nienburg mit Weihnachtsliedern und Gedichten. Nach am Fenster stehen und voll Ungeduld hinauf zum Nimmensee. Winterkinder in den Bergen oder an der See, alle warten auf den ersten Schnee. Sie wollen nicht immer nur durch traurige Nebelschau. Sie wollen lieber einen großen Schneemann bauen. Ziel der Seniorenfeier ist es, die Senioren in der Weihnachtszeit zusammenzubringen, damit keiner allein sein muss. Auch eine Brücke zwischen mehreren Generationen soll gebaut werden. Mit rührenden Liedern wie »Wann kommst du, Weihnachtsmann« kamen bei dem einen oder anderen alte Kindheitserinnerungen zurück. »Wann kommst du, Weihnachtsmann, mit dem großen Schlitten an?« »Gerts folge, »Wann kommst du, Weihnachtsmann, mit dem großen Schlitten an?« »Wann kommst du, Weihnachtsmann, mit dem großen Schlitten an?« Mein Wunsch ist wirklich nicht sehr groß, ich wünsch mir eine neue Gucke bloß.